es hört frühlingsbanane und was ist da drin böse plattform böse fledermaus so ein ring ich komme nicht dran und drauf knapp und drauf jetzt ich habe einen ring und warum muss eigentlich liegt bei allem immer wenn er was bekommt immer so eine dicke pose machen das war knapp noch drauf gekommen ich verstehe es einfach nicht warum macht er meine pose ist du noch was wie hast du eine banan schmeckt gut weiter geht's du mir helfen so da kann ich noch nicht hoch denn da fall ich glaube ich von oben runter moment den muss ich jetzt mal kurz gucken du wartest hier ich glaube ich das herzteil bekomme kriechen herzcontainer tatsache gut da versuchen wir das mal zu kriegen und man hinten unterfallen nein kann man nicht komisch konnte man da im winter vielleicht was machen aber bitte wechseln noch mal wechseln wenn die kann ich jederzeit rufen er auch nicht ich komme ich da nur dran verstehe ich nicht im sommer vielleicht daran können auch nicht komisch na egal so wenn du bist du wieder hier natürlich bist du hier du bist immer da wo ich dich brauche vielleicht kannst du da hoch fliegen wenn ich das bezweifle sage ich doch ich bezweifle vielleicht schlecht dicker bär und bären habe ich keine flügel da ist auch nichts was ist hier links jetzt noch mal ein schneegebiet jetzt habe ich das dann schon kaputt gemacht schlüssel und der drachenschlüssel mit der üblichen pose so ich glaube ich muss hier oben erst mal das schloss aufmachen oder dann muss ich erst später hier hin ach wenn ich doch schon hier bin kann ich auch gleich direkt weitergehen ich meine ich muss erst später hin ja halt die fresse gut dann noch mal jahreszeit wechseln den frühling zurückkehren und wenn die braucht jetzt eigentlich nur mit einem schlüssel dran zu kommen ich brauche nicht mehr wenn ich gehe von alleine weiter und raubschleim jetzt können die mir was antun jetzt habe ich leider wenn ich leider aber jetzt habe ich ein schild aber es ist mein schild und ihr werdet ihr mir nicht wegnehmen ich glaube da hinten war nachher der dann schon hier ja hier war was ich wusste es ich hatte jetzt noch in erinnerung aber was über was sie genau war weiß ich nicht mehr was weil ein paar rubine einfach warum auch nicht rubine kann man immer gebrauchen so ich muss da oben erst mal den berg hoch geh weg man guck mal her idiot ausweichen und weg ach der marlon scheint mir nicht zu hören aber er hat uns gerade entscheidenden typ gegeben wir brauchen schnee geh weg ok ok dann rufen wir mal den sommer und den winter ok ok jetzt können wir da hoch wie man sieht au dummer schnee wegen dir bin ich ausgerutscht die raubschleim sind alle kläglich erfroren komm her gib mir mal herzen und nicht immer nur bomben so ich würde sagen hier lang das war wahrscheinlich falsch ich wusste es der leichte weg ist nie richtig in selda ist der längste weg immer der richtige so und weiter ja voller herzen hui äh oben sage ich doch wieder mal falsch obwohl die muss nicht unbedingt sein ich kürze einfach ab hui abgekürzt haha also komm das kann ich ja wohl äh auch abkürzen wenn ich hui einfach direkt da drauf falle ah ne Moment die Feder will ich behalten was steht hier fliegender Koko flattert wenn festgehalten andernfalls wird es gefährlich jup wie man sieht ich muss da rüber fliegen so komm 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 jawoll brava Koko und Schlüssel einsetzen und wie man sieht da ist der Donjon und runter wow das war fies wenn man noch wissen wenn man mit dem Herz da rankommt hier ah tak 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 ok das hätten wir dann auch mal gut dann zack wieder Frühling machen und ich wollte mal gucken was da eine Dekohändler da hinten noch sagt so jetzt haben wir wieder ein Herz mehr das wir verschwenden können ja was du mir sagst weiß ich ja so ich will wissen was du mir sagst ach so der sagt mir auch sagt mir einfach nur wo der Schlüssel ist den ich eh schon habe weg weg ab aus aus weg Sturmkerne denke äh denke ja danke meine ich äh jetzt brauche ich Sommer wir wachsen hier ranken und wir können in den Dungeon in einen Wasserdungeon den Tanzdrachenhöhle den Tanzdrachenhöhle ja deutsch braucht keiner ja ich würde sagen Moment das war's dann für heute und wir widmen uns dann morgen in dem Dungeon bis dann ciao bis dann